Hallo und Willkommen zurück auf dem BlackColor Reloaded Kanal. Wir spielen Sniper Elite 4. Ja, in der letzten Folge habe ich ja am Ende ziemlich verkackt und wir müssen jetzt mal ein bisschen andersrum gehen. Da glaube ich ein bisschen. Ähm, machen. Und... Da müssen wir auf jeden Fall rein, ja. 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 Da. Ja. 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 Dann Bi decoration kommen. Ja. 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 Oh Leute, ich hasse es Kann doch nicht wahr sein Verlust Genau, jetzt Maschinen Schraube Steinkt Schraube 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 Und der Panzer ist wirklich reinzusneaken. So. Endlich schon warten. Panzer wird jetzt weg. Panzer wird jetzt weg. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, Leute, das kann doch echt nicht. Panzer wird jetzt weg. Ah, ein Geräusch! Panzer wird jetzt weg. Panzer wird jetzt weg. Ich denke, ich habe das alles zu bekommen. Ich bin ein Geräusch! 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 Oh, nein! Oh, Leute! Man! Ich bin ein Geräusch! 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 Das war's für heute. Ja, mein Tod, oh mein Gott, wer ist Tod? Oh ja, oh ja, ist immer Krachmarnia. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja... Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Was ist das? Oh! Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Leute, was geht hier ab? Das ist ja voll gefä... Ich fehl mich so nie, ey. Ich halte es nicht aus, ey. Ohne Worte. So, erstmal heilen. Erstmal raus hier aus dem... Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Was ist das? 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 Wer ist das? Ja, der Panzer kommt auch. LOL. LOL. Warl-Hack-Spezial. What the fuck? Ja, der Panzer kommt. Okay, okay. Das sieht gut aus, Leute. Oh, da kommt er. Ich werde dich schon finden. Nein, du wirst mich nicht finden. So, liebe Leute, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, auch die ganzen Fails, vor allem, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, euer Hitcher. Bis dann, ciao, ciao.